Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen hier ist wieder euer Nutucker aufs Boot auf dem Spieleflut Kanal und wir spielen South Park Stick of Truth sind hier in der Kanalisation unterwegs und ja wir kämpfen uns immer weiter nach unten ich habe irgendwie Pentagramm Tattoo ja ne ist klar ich habe so die Vermutung dass wir hier unten auf die Krebsmenschen gestoßen sind jawoll werden auch schon prompt attackiert von Fledermäusen die schon ganz schön Bums haben muss ich sagen sooo dann fangen wir doch mal an Junitsu hier auf die Dicke die mal vorerst außer Gefecht ist erneut angreifen ok so machen wir das doch die andere Dicke komme ich sooo nicht ran nix mit David Schreider aber versuchen wir es mal er ist sehr schön aber die kleinen müssten wir ja so nach und nach bekommen ja das funktioniert dass die d chenny alle kenne ich vielleicht vorher noch heilen sollen Aua jaja genau Rekenerieren Top perfect das kann ich leidern nicht dulden Splatter Tastes like Crab, ein Meerschweinchenkostüm, schade dass wir das nicht anziehen können. Oh, wir sind schon wieder Fledermäuse. Da kommen wir anscheinend nicht durch. Ne, da kommen wir momentan irgendwie nicht durch. Warum fliegt die mit dem Arsch zuerst in mein Gesicht? Ach Quatsch, da wird das Schleuder. Tot! Geht. Na komm, dann greif du auch an, wenn du dich draus. So, regenerieren, ihr Sissis. Wo zur Hölle sind wir? Ne? Ach, okay. Brille mit Fleder, Opa, Vampirbrücke, Gottschere, Exoskelett. Fügt 15 Rüstung hinzu. Oh, da muss ich glaub ich grad mal was umrüsten. Zup, 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 zup. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Fügt 3 Rüstung, dann mach ich's am besten da drauf. 15 Rüstung. Das ist doch nicht schlecht. Was denn da? Kot? Gegenstände entfernt. Blut noch um. Ah, das ist wahrscheinlich wieder ein Boss für diese Jagdquests. Der Flughund. Na gut, solange der alleine ist, sollte das eigentlich kein Problem sein. Machen wir nicht mal Juden Jitsu, damit der mal außer Gefecht ist. Es betäubt. Und der Kenny könnte den eigentlich mal anwidern. Ein epischer, oh, er hat sogar noch Tripper bekommen. Das ist natürlich fies. Da wird der Gute jetzt noch geschnitten. Man sollte das eigentlich hier schnell vorbei sein mit dem Flughund. Und jetzt müssen wir ihm den Rest geben. Jawoll. Super. Schön, schön, schön. Ja, genau. Das war ein Jimbo-Quetzt. Wo kommen wir jetzt raus? Oh, okay. Ich möchte da aber noch nicht draus. Und jetzt sind wahrscheinlich die ganzen Gegner wieder da. Na ja, vielleicht kommen wir schnell durch. Ich weiß nicht, wie ich hier den Stein wegbekomme. Da ist auf jeden Fall noch ein Chip-Pokémon. Hm. Wie könnten wir diesen riesen Stein da wegbekommen? Ich weiß es nicht. So, jetzt lass mich überlegen. Wir müssen hier nochmal zurück. Dadurch. Ist hier noch was drin? Es gibt auf jeden Fall noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Aua! Stopp, von hier kommen wir. Da waren wir noch nicht und hier unten waren wir nicht. Gehen wir erstmal hier runter. Shit-Sharry. Jetzt bekommt ihr das Stück Scheiße entführt und es zum Singen bringt. Wo sind wir denn hier? Na ja, ich glaube, Fähigkeiten, Schneide-Sense. Gib ihm. Wie, ab damit. Was war denn nochmal hier Verzauberung? Ach ja, da hat er flank gezogen, oder wie war das, ne? Wohoo! Herrlich! das kenne ist angewidert das war nur eine ratte geküsst Bisschen anfällig ist er ja boing boing die ist jetzt das flettert zerbrochene flasche besser als meine alien sonde Tatsache und warum ist eine zerbrochene flasche die fernkampfwaffe geht es noch merkwürdig sehr merkwürdig können wir auf jeden fall ablegen und dann grüsten wir die zerbrochene flasche mal aus mit dafür sind wir noch nicht stark genug wenn ich irgendwas auf level 8 entfernt ein schild 15 schaden dazu fügt einmal bluten das klingt doch gut hat man nämlich da zweimal bluten quasi drauf das ist doch cool sehr schön die penis maus die penis maus greift an erstmal fähigkeit mit juni zu damit die mal runter kommen es ja entschuldigung aber ich muss es einfach machen ja super wenn die jetzt einen ständer bekämen immun nein ah scheiße sie hat die kräfte können wir jetzt mal die zerbrochene flasche ausprobieren ist immun gegen bluten ach ne gut immun gegen bluten wäre fies ja ruf mir doch mal das reinhauen das reinhauen für die penis maus und noch zweimal bluten sehr schön dann hauen wir noch zweimal bluten drauf würde ich sagen 5 mal bluten das ist doch ausgezeichnet ja da haben wir nix mehr ja wir können ja den angriff noch verringern ich weiß gar nicht ob das stackbar ist ich weiß gar nicht ob das stackbar ist ich weiß gar nicht ob das stackbar ist ja es 354 nur durch bluten an schaden gemacht das ist doch episch den eichelkäse jetzt nicht mehr mitnehmen ne schade also hier geht es nicht weiter ja ich glaube dann müssten wir jetzt die kanalisation komplett durchgesucht haben wenn ich mich nicht ganz täusche wenn ich mich nicht ganz täusche ja hier auch schon ja hier waren wir auch schon dann können wir auch hier durch zurückgehen das ist nämlich kürzer und dann müssten wir auch direkter mente zu mr hanky ja da ist er schon .... ... ... Einmal gegen die Bossen, natürlich. Ich könnte schweißen, aber ich bin nicht stupend. Und ich kann euch nicht mehr als einmal pro Tag helfen. Just like ich kann niemanden, die sich selbst nicht mit Rehab haben. Dann gehen wir mal in die Fähigkeiten. Und wir verbessern, was denn das? Wirbeln des Verhängnis. Lässt ein Dreidel zwischen Feinden herumspringen und entfernt von allen getroffenen Feinden positive Statuseffekte. Wir bleiben aber, wir bleiben hier. Und verbessern auch unsere Beschneide-Sense. Sonst gibt es nichts Neues. Aber wir haben drei neue Freunde. Okay, mal kurz hier reinschauen, ob es da noch irgendwo eine Möglichkeit gibt. Okay, dann können wir endlich wieder aus der Kanalisation raus. Oder wie Mr. Hanky sagen würde, die Analysation. Kleiner Wortwitz. So, dann wird nochmal kurz anal gemorpht. Dann haben wir eigentlich die Kanalisation abgeschlossen. Hier ist ein Ruhm, wo die Mädchen eine secretische Basis haben, aber ich habe sie nie gesehen. Ja, 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 pappalapap. Jimbo ist doch auch nicht weit von hier. Wo ist Jimbo? Oh, doch. Ist doch noch ein bisschen weiter. Da ist Jimbo. Aber über die Schnellreise im nächsten Bild sollte das Fix gehen. Blöde Katze. Na, wo ist denn die Schnellreise? Da war doch gerade eine auf der Karte. Da müssen wir halt so gehen. Hier hoch. Eine neue Nachricht von Mrs. Hanky. Was schreibt die denn Schönes? Hey, wenn du Pillen verkaufst, gib mir Bescheid. Mir egal, was für welche. da ist aber jetzt bin ich schon da bin ich glaube vorbei können wir nämlich jetzt noch eine belohnung abholen für die erlegten ja boss gegner war jetzt was kann ich für dich verkaufen ein bisschen überblick hier bekommen kram verkaufen da kommt wieder ordentlich asche rein da waren ja schon wieder ewig nicht mehr verkaufen die behalten wir das behalten wir auch alles sonst behalten wir alles messi sonst haben wir überall noch platz gut dann große jäger dankeschön plastikvampir zähne haben wir bekommen und was wir testen und schauen wir uns das ganze nochmal an da müssen wir darüber rein okay so einmal haben wir hier das war das war kührending okay dann müssen wir mal auf die waffe gehen was haben wir denn da neues fügt bei perfekten angriffen 30 prozent widerlichkeitsschaden hinzu entzieht blutenden zielen 50 trefferpunkte traut eigentlich nicht unbedingt das brauche ich nicht unbedingt gut aber wir sind schon wieder am ende von der folge angekommen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch einfach einen daumen hoch da oder schreibt was in die kommentare oder keine ahnung was oder postet das video euren freunden mir egal macht was ihr wollt ich bin auf jeden fall froh dass ihr zugeguckt habt und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder zuschauen bis dann macht's gut tschüss bis dann 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 Vielen Dank.